Ich gehe einfach hin und liege ganz alleine alle um! Jetzt geht das Looten los, das beste Part ist natürlich ein bisschen Looten. Schauen wir mal was wir hier so erlegt haben. Ob uns das jetzt auch weiter gebracht hat. Weil wir haben ja ein paar Schuss an allem möglichen hier. Ja natürlich auch an Scharfschutz-Munition verballert. Und mal sehen wie die Ausbau jetzt hier auswählt. Ein bisschen Munition kriegen wir natürlich. Nicht direkt für das Scharfschützengewehr. Oh, der hat ein bisschen viel dabei. Was ist das für... Die braucht auch besondere Munition sehe ich. Macht auch nicht unbedingt sonderlich viel Schaden. Aber ich bin ein Freund. FN Fall, nice. Aber die ist auch komplett zerstört worden. Munition aller Art. Immer her damit. Man kann nie genug davon haben. Leider kann man nicht genug davon tragen. Nee. Ein bisschen Shotgun Muni würde... Über ein bisschen Shotgun Muni würde ich mich wirklich freuen. Leute, wie sieht es aus? Habt ihr noch was? Liegt hier noch jemand? Der was für mich hat? Kommt schon, Leute. Macht euch mal ein bisschen erkennbar. Da hinten sieht es aus, als ob es da wieder losgeht mit der Party. Da geht es doch... Egal. Wir haben jetzt... Ich will mich jetzt auch nicht lange darauf umhalten, da diese zwei, drei Schuss da von den Leichen aufzusammeln. Ich würde mal sagen... Das war, glaube ich, wieder eine Mine. Der wurde durch die Erschütterung erstmal umgeschmissen, der arme Hund. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Raider sind. Und was macht man mit Raider? Kopfkürze. Ja... Ja... Also... Das Gewehr ist wirklich krass. Ja... Das ist wirklich krass. Das hat echt Power. Hinter jedem Schuss steckt ordentlich viel Power. Und das waren mindestens vier Leute, glaube ich. Falls ich mich hier recht entsinne. Felsen sieht mysteriös aus. Naja... Bin damit... Leider nichts. Es gibt in der Nähe von Megaton übergrenzten Felsen. Wo auch ein paar Sachen sind. Also so einen ausgewählten Felsen, heißt das dann. Dürfen auch ein paar Sachen rumliegen. Unter anderem auch in Scharfschützen. Aber den habe ich jetzt... Ich habe mich noch nicht aufgemacht, den zu suchen jetzt. Das ist jetzt auch nicht so. Die sind höchstwahrscheinlich jetzt unter der Brücke. Ne, die Waffe brauche ich nicht. Die habe ich die Munition immer gerne. Ihr wisst doch wie es abläuft, Mensch. Müsst ihr mir hier nicht... Was geht mit dem Mann? Ich glaube der hat mich hier so viel vom Jet geschnüffelt da. Ich hoffe das kommt jetzt hier keiner von hinten. Ist das da jetzt ab? Ja, ruhig brauner. Boah. Der ist hier schon... Mein Kopf ist im Arsch. Nein, das kennen wir doch irgendwie. Déjà vu. Déjà vu, Leute. Ich brauche nicht mehr allzu viel Schuss mit dem Scharfschützen. Scheiße. Aber die Bedrohungen sind wohl ausgeschaltet. So wie es aussieht. Finde ich cool. Was ist das denn hier für ein... Was ist das denn hier für ein Ork? Das hat hier total grüne Hautfarbe. Ich glaube der hat ein bisschen zu viel von dem Zeug geschnüffelt. Der ist hier. So haben. Zack. Gucken wir mal. Können wir hier vielleicht durch oder so? Nö, können wir nicht. Oh, das sieht doch natürlich appetitlich aus. Nö, 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 nö. Ich glaube ich habe jetzt gar nicht einen Timer angeschmissen, aber... Jetzt habe ich einen Timer angeschmissen. Aber ja, natürlich läuft die Aufnahme schon ein paar Minuten. Aber ich glaube das dürfte nicht allzu große Probleme bereiten. So, jetzt haben wir auch eine Shotgun. Für unsere Shotgun das Beste. Wir haben ein bisschen Munition gefunden. Es geht hier... Es dreht sich alles nur Munition. So, was haben wir denn hier? Eine kleine Ratte. Ist wohl irgendwie gefangen oder so? Keine Ahnung. Nö, ja. Waren wohl irgendwelche Händler unterwegs, so wie das aussah. Guten Tag Herr Echse. Gut, wir sind immer noch auf dem Weg. Normalerweise hier unser Päckchen abzubringen. Und dort hinten haben wir auch unsere Siedlung. Bringe ihn mal schnell vorbei. Und unser Kopf brummt. Ich denke wir dürfen jetzt hier auch eigentlich keine Probleme haben. Irgendwie... Irgendwas hier... Von wegen... Also wir haben hier noch wenig HP und ich denke mal nicht, dass hier noch irgendwas auf uns zukommt. Also das natürlich. Na komm Runi, mach du das. Hast du gut gemacht. Ich habe immer Angst, dass er irgendwann stirbt. Also der scheint ja auch wirklich viel auszuhalten. Aber... Irgendwann ist ja auch gut. Aber so wie es auch aussieht, regeneriert er auch HP nach dem Kämpfen. Also... Ist mir ein bisschen overpowered auch. Was ist denn mit den Kühen los? Irgendwann geht es hier gar nicht gut. Ist hier jemand? Wir hören auch hier schon unser Herzschlag. Ein Signal dafür, dass wir kurz vor dem Tod stehen. Wann hier... Oh... Fuck, was war das? Ich habe mich verjagt. Warten Sie, wir hören ja gar nicht zu denen. Ich hätte sie fast verlaufen geschossen. Kommen Sie hier rüber, bevor Sie von ihnen geschehen... Okay, okay, komm, komm, komm. So, Kollege. Was zum Teufel tun Sie denn hier drauf? Ja, Kollege, was tust du denn hier drauf? Even King. Ähm... Also ich habe hier einen Brief. Das ist großartig. Aber ich muss mich momentan um wichtigere Probleme kümmern, als für diesen Ort das Postamt zu spielen. In dieser Jauchegrube fängt bald die Kacke an zu dampfen. Und ich glaube nicht, dass ich etwas dagegen tun kann. Aha, was denn für Probleme? Naja, anfangs haben sie typischen Gangmist gebaut, Sachen kaputt gemacht und einen heiden Lärm veranstaltet. Aber sie warten immer Abstand. Aber letztes Mal sind sie zu weit gegangen. Sie haben alle unsere Brahmine getötet. Und Brahmine sind hier draußen lebenswichtig. Äh... Versuchen wir das mal, oder? Ach, verdammt. Verschweige nichts. Die Familie ist nichts weiter als eine Bande... Okay. Ja, warum wehren sie sich denn nicht? Na klar! Ich gehe einfach hin und lege ganz alleine... Natürlich! Sagen Sie mal, tickt's bei Ihnen noch richtig? Pff, das ist doch normal, oder? Statt einrücken. Verschließe ich wie jeder andere meine Türen. Wir könnten hier wirklich Unterstützung gebrauchen. Ähm... Ähm... Ja... Ja, ich freue mich, wenn ich helfen kann. Ich will die Rampe hier nicht aus den Augen lassen. Man kann nie wissen, wann die Familie zurückkehren wird. Würden Sie mir einen Gefallen tun, die Häuser der anderen Leute hier zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es Ihnen gut geht? Reden Sie mit David West, Karen Schenzi und Ken Ewers. Äh... Okay. Äh... Denk ich mal... Machen wir das mal. Und... Ja... Aber... Nicht und aber, sondern... Aber... Der Part endet hier, Leute. Also... Falls ihr Spaß daran hattet, dann gebt doch einen Daumen hoch. Kommentiert fleißig und so weiter. Ihr wisst selbst Bescheid, Leute. Haut rein! Man sieht sich!